Silver Kruger on the track Meine Tracks kommen spät wie diese deutsche Bahn Und an diese Bastarde müssen wir noch Steuern zahlen Sagt man der Comedy Splash war unlustig, ist es wahr Ihr seid so scheiße, nicht mal Caroline Kebekus war da Es ist offensichtlich, dass jeder Comedian werden kann Ich würd sagen, ihr werdet lustig, doch Lügen ist haram Und komm ich mal nach Sachsen, nehm ich diesen rechten Dreck hoch Mach die AfD-Zentrale zu Charlie Hebdo Ansage an alle Hartz-Vier-Spasten Runter von der Couch und geht's mal schaffen An den Fire-Leiter vom lokalen Rewe Habt ihr bald keine Doktor, komm ich vorbei und ich ficke deine Tochter Real Talk, jeder von euch Wichser nervt Doch ihr seid nicht mal ein paar Stiche wert Deswegen würd's euch einfach kurz ein Part von Glied Lealazis geklärt Und danach kennt die Penner niemand mehr YouTube Deutschland ist so harter Marsch Klammert euch ein Hype, den ihr nicht mehr habt Und die Comedy-Acts, über die keiner lacht Kriegen keinen Applaus, aber trotzdem klatscht Real Talk, jeder von euch Wichser nervt Doch ihr seid nicht mal ein paar Stiche wert Deswegen würd's euch einfach kurz ein Part von Glied Lealazis geklärt Und danach kennt die Penner niemand mehr Und, 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 schau mir YouTube Deutschland an Deshalb ist jetzt jeder dieser Heuschler dran Miguel Pablo macht jetzt auf Mert Matar Und lingelt mein Telefon, ist wohl seine Mutter dran Ich warte bis heute noch auf Kontertexte Doch heute besteht YouTube nur noch aus Reaction-Channel Für euch hat YouTube ein neues Feature, das Hurensohn-Panel Und für die Reaction auf das Video mit eurer Mutter müsst ihr die Plattform wechseln Mein Content, ich bockte diese Opfer tot Euer Content, Deutschland sucht den Hurensohn Bin ich schon mal dabei, geh ich auch Beauty-Videos schauen Denn ich bin für Gleichberechtigung, also schieß ich auf Frauen Real Talk, jeder von euch Wichser nervt Doch ihr seid nicht mal ein paar Stiche wert Deswegen würd's euch einfach kurz ein Part von Glied Lealazis geklärt Und danach kennt die Penner niemand mehr YouTube Deutschland, ist so harter Marsch Klammert euch ein Hype, den ihr nicht mehr habt Und die Comedy-Acts, über die keiner lacht Kriegen keinen Applaus, aber trotzdem klatscht Real Talk, jeder von euch Wichser nervt Doch ihr seid nicht mal ein paar Stiche wert Deswegen würd's euch einfach kurz ein Part von Glied Lealazis geklärt Und danach kennt die Penner niemand mehr Niemand mehr Niemand mehr Vielen Dank.